Herzlich Willkommen zu einer Meditationsübung für 10 Minuten Stille gegen den Stress. Am Anfang der Meditation werde ich dich anleiten, in die Stille zu finden. Danach wird es Raum und Zeit für dich geben, selbstständig in die innere Stille einzukehren. Und das kannst du dann immer wieder eigenständig weitermachen. Da sein, Stille finden und vom Stress abschalten. Diese Meditation wird dich für 10 Minuten in die Stille einführen. Lass uns am besten damit beginnen, einen guten Sitz zu finden. Egal ob du auf einem Unterlagen-, Sitzkissen, im Schneidersitz oder auf einem Stuhl oder auf der Couch sitzt, richte dich so an, dass du bequem und lebendig sitzen kannst. Ein guter Sitz zeichnet sich dadurch aus, dass du dich wohl fühlst, du gut aufgerichtet bist und nicht zu fest wirst. Sei also insgesamt nach unten gut geerdet und nach oben aufgerichtet. Wenn du magst, dann schließ die Augen und schenk dir einen Moment Zeit, um für dich selbst eine kleine Körperreise zu machen und deinen Körper bewusster wahrzunehmen. Vielleicht eine Reise von oben nach unten oder von unten nach oben. Spür dabei besonders die Bereiche, die angespannt sind. Und wenn du gerade gestresst bist, dann ist es sogar noch einfacher, Anspannung zu spüren. Wo immer du auf dieser Körperreise eine Anspannung wahrnimmst, nimm sie einfach nur wahr. Es geht jetzt gar nicht darum, einen Idealzustand herstellen zu wollen oder um Veränderung, sondern allein um die Wahrnehmung des Ist-Zustandes. Nimm einfach wahr, was jetzt in deinem Körper ist. Wenn du dabei abschweifst, dann lasse dich einfach bewusst von der Atmung wieder zu dir und der Wahrnehmung deines Körpers zurück tragen. Denn wenn du wahrnimmst, wie die Atmung fließt, wie sie kommt und geht, dann bist du schon wieder zurück bei dir selbst. Bleib jetzt also für die nächsten Momente einfach dabei, dich selbst wahrzunehmen. Die Naturgeräusche und deine Klangschale werden dich immer wieder dazu einladen, zu dir zurückzukehren und dir bewusst werden zu lassen, dass du inmitten der Übung bist. Bleib jetzt also einfach ganz in Ruhe und stille dabei, dich wahrzunehmen, ohne etwas verändern zu wollen und einfach nur zu beobachten. Beobacht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn dann die nächste Einatmung kommt, dann öffne die Arme weit zur Seite, führ sie mit einem großen Bogen hoch über den Kopf, bring dort die Hände zusammen. Wenn die Ausatmung entsteht, dann bring die Hände vor deine Stirn, dann vor den Mund und wieder zurück zum Herzen. Und noch einmal. Und so danke ich dir für die Zeit, die du fandest und wünsche dir alles Gute. Namaste. Bis zum nächsten Mal.